Living the good life. Ich glaube, ich möchte einen Panzer... Ich fliege irgendwie übrigens den Hubschrauber hier mit der Tastatur Xali, ne? Ich fliege Heli immer mit der Tastatur und das ist hervorragend. Weil Menschen geben, die machen das mit einem Joystick. Ich habe versucht, das Gamepad anzuschließen. Das war so ungewohnt, weil ich es gelernt habe. Er ist mit einem Panzer hier vorne. Er ist mit einem Panzer hier vorne. Er ist mit einem Panzer hier vorne. Direkt bei unserem Objective beim ersten. Das ist dumm. Er hat natürlich den ersten Schuss bekommen. Ja, voll! Oh, da ist ne Wand, da ist ne Wand, Leute! Da ist ne Wand! Alter, Schraube fliegt was das so durch. Die Frage ist, konnte er sich in der Zeit reparieren? Oder kann ich jetzt noch den Abstauber machen? Ah, shit. Ich glaube, ich habe in meine Leiche geschossen. Ich glaube, er ist nicht mehr im Panzer drin. Eindeutig nicht. Anzeige wechselt. Geht noch einer. Aussteigen, aussteigen. Was wird gespielt? 4er? 4er. Ha! Endlich ist er weg. So. Wir sind hier auf so einem merkwürdigen Server, wo anscheinend 60 Bots drauf sind. Und ein Team, der das hart ausnutzt. Ja genau, die sind nur für den Serverbrowser anscheinend da. Und jetzt haben wir uns gedacht, na gut, dann versauen wir kurz dem Typen seinen Sonntag. Und ja, dann suchen wir einen neuen Server. Gibt er ihm quasi einmal dreckig, oder was? Ja. Ja. Und hier kann man Heli fliegen, Bär. Oh! Hey! Hat er für den Service da bekommen? Ha! Wegen meinem Super Service. Was? Wenn ich komme zum Helikopter. Äh, der fliegt gerade glaube ich mal auf. Ne. Nicht mehr? Ne, er hat es doch ab. Aha! Aber hier kommt ein Umschrauber. Ist er, ist er das hier? Nein. Der Feind. Ja, äh, kannst du mich einsammeln, Bär, oder soll ich? Joine gerade. So, dann fliege ich mal zum Spawn zurück. Äh, fliege ich. Fahr ich mal zum Spawn zurück. Ah! Drift. Dass diese Ketten auch keinen Grip haben. Heli oben auf C. Oh, das klingt sehr gut. War doch ein Helikopter. Naja, Gegner. Der eine Dude. Ja. Du ruhig hab ich die Panzer dabei, ne? Ja. Muss on, der Heli. Ups. Oh. Äh. Meine Güte. Wo hab ich denn den Panzerführer angemacht? Na Quatsch. Das ist der falsche Heli Bär. Ne, du bist im richtigen, Warte. Der ist im richtigen. Warum macht der die Scheiß-Tür dich auf? Juhu, schnuckiputz, gehen dein Spott. Sehr gut. Der ist schon warm gelaufen. Schon mal den Burnout vorbereitet. Kommt rein hier. So, wo ist der Gegner Heli, Leute? Drixi hat oben die Tür nicht aufgemacht. Keine Ahnung, wir sehen ihn nicht. Oben am Turmbarer. In einem Heli. Ich sehe ihn noch nicht. Ah. Mit dieser Seite, ja. Hier oben ist einer. Ah. Sollen wir ihn ausräuchern? Ah, sie kommen. Es sind ja vier drüben. Ja, sie sind schon vier jetzt. Ich dachte, es war nur zwei. Äh, du weißt, was du tun hast, Bär. Wir geben unseren Bodenjungs Rückendeckung. Ja, ich bin hier oben drin. Ich sehe keinen einzigen da. Ich sehe auch nicht. Aber wie habt ihr euch umbringen lassen? Richtung Dora war einer. Richtung Dora? Auch wenn wir hier nicht in der Äußerstattung absackeln. Da hinten ist es nicht mehr in der Luft, ne? Ich seh ihn grad nicht. Da hinten sich ein Fahrzeug. Da muss ich mich dran gewöhnen, dass Rechtsklick umkicken lässt. Ja, da ist ein Panzer. Wo ich hingeschossen hab. Soll ich dir eine TV-Rakete... Einmal da. Der ist unbesetzt. Ah, ja. Bist du tot, Sally? Da oben ist noch einer, auf meiner Seite. Fuck, ey. Schwierter Trigo nix. Ah, der eine ist schon wieder weg. Da wo ich totliege, oben ist er. Sehr schön. Da wo du totliegst? Ja, wo ich eben tot lag. Er ist oben auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie jetzt so doof sein ist. Brauchen wir eigentlich nicht einen 1-Fort? Weil der dann zu cool sind für uns. Ah, da sitzt er doch an der... Da saß er doch an der Ecke, die Sau. War's der Trigo nix? Ja. Okay. Er wird gleich wieder da oben spauen. Meinst du? Na komm, wenn du jetzt nochmal hoch gehst, Nav, dann bleiben wir kurz hier und sorgen dafür, dass dir nichts passiert. Wir sind schon wieder oben. Auf welcher Seite? Ah, der. Auf der anderen Seite. Na gut, dann habt ihr die Seite und wir die Seite. Ob er ist nicht da. Objektiv, was? Helikopter? Wo? Runter, runter, runter. Ja. Shelly, du Sack. Sorry. Wo ist Helikopter? Ja, wo ist der Helikopter? Shelly schießen aus der Luft. Ja, der kommt von A. Macht Sinn. Wir warten, Kelvin, oder was? Ja, also bitte. Wenn wir hier schon mal die Chance haben, entspannt Heli zu fliegen. War das jetzt die Tau-Rakete von dem? Also es war auf jeden Fall irgendwas gelenkt, weil es hat nicht gepiept. Es hat nicht gepiept wie... War es der Z10W, der Kampfheli? Ich glaub schon. Ja. Wie ein Wahnsinniger, den Doppelklick. Was immer der große Fehler ist, wenn man dann rein spawnscht, schießt man erstmal prinzipiell eine Rakete ab. Obwohl, eigentlich muss ich mich nicht beeilen. Die Einzigen in unserem Team, die ihn wegnehmen könnten, sind eindeutig beschäftigt. Und tot. Abarth sitzt oben Heli. Ähm... Dann musst du hier Pio mitnehmen, ne? Ja, ich hab... APG oder sowas. Hab ich. Unser Nachteil ist einfach, wir haben nie die Thermaltarnung freigespielt, ne? Sicher? Ich glaub, die Phantom habe ich. Ich hab sie nicht. Hä, die gab's auch mal geschenkt, oder? Ja. Sondern der Modell... Ja, ja. Wird schon passen. Hier, nehmen sie. Yay! Wie kann man die denn einstellen? Äh, eine Planung. Bär, wir haben einen Heli zu killen. Ja. Dann go. Wo ist er? Über dir. Ja, der fliegt die Lenkrakete und... Da verfehlt sie leider knapp. Oh, der hat zu früh geflärt. Oh, ich hab einen rausgeschenkt. Oh, du hast den Piloten rausgeschossen. Und einer ist abgesprungen. Runter, runter, runter. Da in die Richtung. Was? Ach, richtig runter. Ach, richtig runter. Ja. Ich sehe niemanden. Gut, der ist jetzt unten rein. Also kommt der gleich oben wieder raus. Oh, zillig jetzt. E. E? E. Siehste, der nimmt nämlich wieder einen. Die sind... Oh, der ist jetzt unten rein. E. 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 Siehste, der nimmt nämlich wieder einen. Die Sau. Ja. Können wir die wirklich mal am C da? Ja. Ah, der ist auf dem Dach. Oh, der ist noch einer auf dem Dach. Wow. Haha, da wolltest du aber auch mal... Die Power-Rakete... Es ist immer noch einer. Aufwarten, dass nicht die Heli-Rakete jetzt hier angeschissen kommt. Ach, die haben wir dann Spawn-Heli. Okay. Bleib mal am Dach. Das müssen wir wenigstens mit einnehmen. Dass sie es nicht bekommen. Aber ich will nicht. Das wissen die sich ja gleich. Zu nah. Und zu langsam. Panzer hier. Hammer. Ja, super. Ja, nur. Ich weiß, wo er ist. Ja. Da oben ist er. Mach mal ab. Rechts über dir. Mach ab. Und weg hier. Ja. So, ist der Heli schon wieder in der Luft? Sehen erstmal nicht. Wen bis jetzt nicht. Mindestens... Panzer ist aber da. Bei Bravo. Drei Stück. Okay. Ich fliege in Schleife. Ja. Ich fliege in Schleife. Hau. Ah, da. Oh shit. Irgendwas. Ach, die Racer, ey, glaub ich. Kannst dann hier spawnen? Ich bin rausgeschossen. Rausgeschossen. Ja. Achso. Ich seh nur mich tot in der... In der Anzeige. Ja. Hydra. 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 Hydralisk. Habt ihr alle einen schönen Sonntagmorgen? Hatte früher einen Speck. Es war geil. Komm runter. Alles gut? Wann hab ich? Wollte grad sagen, wir müssten mal die Flaggenhoheit hier legen, damit es lange runter tickert. Was? Jetzt sind noch zwei. Oder einer. Ach, seid ihr jetzt im Bodenkampf? Boah, ich bin rausgegangen. Das dauert ja sonst 5000 Jahre immer. Ja. Dann versuche ich auch mal den Heli rauszuschießen mit der S-Raw. Boah. Achtung, der trifft gut, der Typ. Okay, ist noch einer. Der fang so. Der fang so. Der fang so wieder über die Mitte. Panzer ist weg. Oh, hier ist ja auch der Raketenwerfer. Der schießt auch auf, äh, auf Helis, oder? Fuck. Abarth kommt von oben runter, da wo ich totliege. Wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist denn? Da ist einer bei ihm gespawnt. Der Heli? Ja. Wir versuchen auf ihn rauf zu knarzen. Aber er hat ja seine Flares verschossen und weiß, dass er es mal abziehen muss. Wo ist denn? In Wien geflogen? Na unten geflüchtet, oder? Also auf seinem Raketenwerfer ist das so geil, weil der mit einem Treffer, der schießt das fließende Dinge ab. Der fetzt echt gut. Siehst du den, oder was? Ne. Ich habe ihn verjagt und... Dann war plötzlich Ruhe. Unten läuft da. Den gesehen. Links. Wie sich der Server langsam füllt. Einen habe ich. Nur mal wie hier rumalbern. Auf der anderen Straßenseite. Der Lycopter steigt wieder auf. Okay. Der hat gerade eben sehr schnell seine Flares gezündet. Vielleicht kann man den... Fast getroffen, ey. Höffi Lenz. Hast du Höffi Lenz? Ne. Doch. Okay. Er ist schlau. Er zündet nicht sofort seine Raketen. Aber unten ist noch einer. Warte mal. Ich nehme mal gerade die Stinger mit. Oh, sehr gut. Ich habe ihn noch. Der Transport-Heli hat seine Raketen gezündet. Die feige Sau. Und jetzt ist er weg. Jetzt hat natürlich mein super Werfer nichts mehr. Wollen wir jetzt mal in ein Scrocher gehen? Der Schnelltüten, ey. Der macht doch. Oh, ja. Kommt noch her. Oh shit. Der Transport-Heli hat es noch nicht. Ich dachte, der ist schon weg. Irgendwer ist tot rausgefallen. Oh, der ist auf unserem Dach gelandet. Na gut. Dann ab in den Aufzug. Oder was? Ne, der ist oben auf dem Dach. Naja, da kann man doch auch hinfahren. Aber ich weiß nicht mit welchem Aufzug. Ich glaube von unten. Achso. Ja. Heli ist weg. Okay. Aber hier ist jemand runtergesprungen. Immer auf dem Dach ist noch einer. Ich sehe. Ich habe ihn eben gesehen. Warst du cool? Ja. Sicher das sind hier auch ein paar Schlecker? Ich habe blauich einen Smoke da oben. Oh, das hat Ding-Nong gemacht. Ja, ich sagte doch mal. Oh, er hat einen Bacon gesetzt. Okay, jetzt ist es oben hinter dem Fahrstuhl. Oben am Dach sitzt einer. Hat mich. Oh fuck. 16 Hörer, ne? Bin nicht schuldig. Ich glaube, der ist da. Ja, der ist oben auf dem Dach. Und der Aufzug macht es sicher nicht. Oh, es werden immer mehr. Ich habe ihn über dir auf dem Dach. Ja, ich... Einen habe ich auf dem Dach. Der kam, Feli, von dem fliegt durch die Häuserschlucht. Okay. Oh, hier ist wieder der Aufsammler-Rakete. Wir sind nach oben, Marvin. Ach nee, hier sind Aufsammler-Sniper. Ich bin oben. Na, ist noch einer oben, ja. Ich bin auf der gleiche hier. Hab ihn weg. Oh, ich habe jemanden Fallschirm hören. Ja, oben auf dem Dach ist noch einer. Hab ihn. Aber die haben immer noch einen Bacon hier stehen. Also egal wie. Hat jemand einen MAV dabei? Um den Bacon zu zerschießen. Oh. Kampfhubschrauber. Ja. Auf dem Dach sitzt du wieder. Ist das hier eigentlich King of the Hill bei C oder was? Ich habe ihn rausgeschossen. Oh, es war nur der Gunner. Verdammt. Egal, war trotzdem schön. Ich gehe, ich gehe mal mit dem Fahrstuhl hinten hoch. Ja, nur noch auf dem Dach über euch. Ich gehe. Okay. Heli kommt wieder. Könnt ihr das Dach mit unter der Lupe behalten? Der Heli schießt unten in unser Foyer rein. Oh. Fahrstuhl. Oh, boah. Das hat das Dach über euch. Sehr aber krank. Ah, fuck. Die haben wieder einen Bieten gesetzt. Einen habe ich, aber... Oh, sie haben zwei Helis. Was? Ich höre zwei Helis schliegen. Oder was? Ne, ich weiß nicht. Ja, sie haben uns ein Heli geklaut. Die Schweinepriester. Scheiße. Oh, Gott. Die haben sich unsern in der Base gerippt. Aber hart. Einer ist drüben auf der anderen Seite bei den Fahrstühlen oben. Na gut, dann hole ich doch auch mal die Stinger raus. Was hat der Unterschied zwischen der Stinger und der Igler nochmal? Ach, Mastman. Genau. Zieleversorgung aufrecht behalten. Aber hat die Igler denn irgendeinen Vorteil, wenn sie... Naja, die macht ein bisschen mehr Bums. Na gut. Dann... Hilft ja nichts. Müssen ja da oben die Dudes wegmachen. Hallo, wo sind die dabei? Aus der Nähe trifft man ihn auch sofort. Sehr gut. Ah, ich werde das nicht mal mit dem M60 hinlegen. Und dann werde ich mal richtig schön auf die Kabinen... Bam. So, beide sind schon einmal richtig angeknackt. Sehr schön. Derer ist weg. Beide haben sie immer noch unseren. Nee, ich habe ihren weggemacht. Ja, aber sie haben unseren. Danke fürs Widersprechen, Marv. Ich habe unseren weggemacht bei denen. Also den, den du gerade zerstört hast, war deren. Nein, das war unsere. Ach, wir sind China. Ja. Sag das doch. Bist du eigentlich, ey. Aber die Igler war ganz geil. Also gerade aus der Entfernung. Besorger. Besorger. Sport-Heli. Abgesprungen. Achso. Er ist ja noch gar nicht da oben gelandet. Den kann man dann auch wegschießen. Geil. Tschüss, Idiot. Aber er hat ja schon gezündet. Oh shit. Du musst mit RPG auf den schießen. Das ist viel witziger. Ja, nee. Aber ich mache sie lieber tot als witzig. Als hätte ich sie nicht tot gemacht, ey. Ja, nachdem ich schon beide angefragt habe. Haben wir eigentlich irgendwie... Was? Eine Arztkiste? Nee. Alter, der steigt um in sein bekacktes Board-MG. Um dich wegzuschießen. Dann steigt er jetzt zurück. Ach guck mal, jetzt möchte auch der eine bei ihm mitfliegen. Ha, ja. Wir müssen öfter mal diesen Trigo-Nexter killen. Wo ist er denn? Liegt unten rum. Kommt jetzt wieder hoch. Ich war mal kurz auf unserem Heli und er ist da. Wunderbar. Ich komme. Ich bin da. Okay, deren Heli scheint ja immer noch da rumzugimpen. Let's packen. Nee. Wo ist er hin noch? Weiß ich nicht, ich bin tot. Der ist auf der anderen Hausseite. Der wisch mich jetzt mal den Sack. Fahrzeug unten auf der Brücke. Wie ist bei dessen Heli weg, bitte? Ja, da aktiv wird's gezündet. Huch! Ich bin mal raus. Eine Sekunde. Okay. Wie du bist raus? Sorry, ich dachte, du stimmst ab, Kevin, als du gegen das Haus geflogen bist. Also was ist das für ein Vertrauen? Naja, keins. Als ob es nicht schon öfters passiert ist, dass ich volle Kanne hinausgepletzt wäre. Ja, so nicht. Ja, das war echt hart. Ich hab auch die Maus ganz schön... Das war halt überhaupt keine gefährliche Situation und nur du hast sie gefährlich gemacht. Hä? Oh, deren Transport-Heli ist hinter unserer Base. Fahrstuhl? Weich. Erwin, holst du mich hier oben auf dem Dach an? Ich hab hier gerade ein Battle gegen den Transport-Heli. Eine Sekunde. Das ist ein Transport-Heli. Ja. Aber nebenbei schießt auch noch irgendein anderer böser Heli. Und ich musste mich mal reparieren. Weil ich bin gegen ein Haus geflogen. Ich kann dir C4 geben. Oh, dankeschön. Hat gezündet, hat gezündet. Ja, wo bist du denn? Ach klar, hier. Er führt zurück in seine Base. Und wo? So, der ist hier rechts. Wo ist er hin? Er ist in seine Base geflogen. Lockt ihn mal ein bisschen hierher, ich hab noch eine Aufsammelraketenkiste. Wollen wir uns kurz reparieren oder sind wir... Komm her, ich seh dich. Kommt wieder, kommt wieder. 400 Meter ist über A. Über A, über A. Hinter euch. Tschüss mehr. Tschüss, sehr gut. Hat er abbezündet. Hat er? Das ist sehr gut. Alter, was haut der nach unten weg, ey? Ich bin nicht. Tschüssi, ey. Hinter dem linken Haus. Kommt da, müsst ihr da rauskommen. Unten links, 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 links. Zwischen den Häusern. Bleibt doch über ihn, über ihm können wir ihn deponieren. Rechts ist er wieder nicht. Er war da rechts, er war da rechts. Von uns aus rechts. Also von uns aus rechts. Bürogebäude sind. Jetzt hinten links rum geflogen. Richtig zum Meer. Steigt wieder, steigt wieder. Ah, da. 100 Meter. Sehr schön. Oh, können wir den snacken? Rausgeschossen. Wir probieren's. Ich springe ab. Hab ihn. Geil. Jetzt kann ich endlich mal mein Heli reparieren. Oh shit. Die A schießt die Baser, ey ey. Ey ey. Unten fährt ein Panzer bei A. Das war ein schönes Highlight. Bin aber hart kaputt. Ja, ich auch. Deshalb lande ich mal hier kurz auf den Weg. Wo seid ihr denn? Ich bin Pio. Ich könnte euch reparieren. Transport-Heli über B. Das ist bequem. Verlier ihn nicht mehr. Hol mich mal ab hier. Du brauchst nen Kanne. Kannst du... Kannst du... Oh, warte mal. Du brauchst sogar ein paar Töter. Kannst du fliegen? Also so wie der Kevin ungefähr. Ey. Komm her jetzt. Ich bin ganz okay eigentlich. Also... Greedy. Ah, ich bin runtergefallen. Fuck. Hä? Wer schießt denn da? Jetzt steigt aber irgendeiner ein. Exeli. Nee. Ich hab nur repariert. Nee, irgendeine... Ist aber alleine drin. Die AA schießt? Oder kann das aus der Base schießen? Irgendwas schießt aus der Base. Ach guck mal. Wir suchen uns da raus zu schießen. Einfach mal. Hä? Ach, da ist der Transport-Heli. Ich bin runtergefallen. Der Transport-Heli schießt mit seiner... Du der fucking Winigun. Ich geh zu Dora. Oder ich steig so ein. Durchsäg mich bitte nicht. Da, Mabel. Sag doch was. Ich hol dich. Hä? Xeli, was? Wieso? Irgendwas hat eben auf mich geschossen. Wieso, Xeli? Keine Ahnung. Ich dachte, du schießt. Ja, ich bin kurz in die Gunner-Position gegangen, um den Winzer wegzuschießen. Ich will wieder einsteigen in die Pilotenkanzel, um wieder hochzuziehen. Und ich kann nicht switchen. Und wir rammen einfach nur gemeinsam in den Boden. Aber wir waren gemeinsam. Ja, es war schön. Es war dumm, aber schön. Und ich drück die Taste und denk so. Hä? Wieso komm ich nicht aus der Gunner-Ansicht raus? Nächstes Mal sag Bescheid, dass du gerne spawnst, denn... Ja, das ist ungünstig. Stür, schon wieder. Mein Gott. Alter. Was schießt denn sie hier weg? Kann reparieren, ja? Ich seh euch nur auf der Map, ich kann reparieren. Bopp. Plötzlich wart ihr nur noch zu Fuß unterwegs. Was ist denn für eine Waffe? Das ist wie eine Aktivrakete von den... Kann der Panzer abschießen. Ah, okay. Der hat doch diese Verfolgungskugeln, die es... Aber aktuell wirklich keinen einzigen Punkt. Ich hol mal B. Nein, wir haben keinen Punkt. Ich steig mal den Panzer und fahr ein bisschen rum. Ich steig auch auf den Punkt. Ich steig auch auf den Punkt. Wieso steht der Panzer falsch rum? Ist ja sehr irritierend. Ja, wenn du E nimmst, nehme ich D. Oh, Panzer bei D. Oh. Ich brauche deine Unterstützung. Ja, wir fahren sofort weiter. Ruhig bleiben. 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 Oh. Da schallt echt was böses auf. Juhu. Oh. Schön weiß-rote Raketen hast du da dran. Hey du. Jetzt hat er nicht mehr der RPG. Oh. Wenn der schießt. Was? Bist du denn noch bei Dona oder was? Oh. Was schlägt denn hier ein? Ja. Ja. Okay. Und weiter geht's. Hählen wir doch mal Xelli aus. Die ja schon tot ist. Ich bin tot. Ach, die schießen vom Turm aus natürlich. Vorsicht, das ist eine Mine. Genau. Das nimm mal. Ich sitze übrigens bei dir drin, ne? Dass du wieder schrickst. Wir sterben. Ja, äh, dann schießen wir die Leute vom Dach da runter. Eigentlich können wir auch das Haus einreißen, oder? Wollen wir's machen? Da ist Panzer drüben. Oh, das ist gut zu wissen. Öh. Vor uns, Xelli. Vor uns. Das ist ein böser Mensch. Like Xelli. Irgendwann, die wir nichts verlieren. So, der Panzer müsste doch jetzt hier zurückgerollt sein und sich rappen. Jetzt repariert er nichts mehr. Und da in der Ecke, ne? Ja, ja, ja. Hm, steige ich kurz aus zum Reparieren, oder? Kannst du Reparieren, Xelli? Oh ja. Na dann. Oh, da kommt die nächste Rakete. Er wurde... Hab ihn. Panzer voraus. Achso. Sind wir so hart angefrackt. Ah. Scheiß, die waren dann. Uah! Wer, wie, was? Von wo? Au! Panzer! Von irgendwo! 22813372282123 hat uns gekillt. Aha. Viper in der Luft? Das ist bestimmt schon einer dieser Bots. Oh, apropos. In der Luft. Alter, die scheiß Viper. Mein Ganna-Ganna-Platz ist leer. Ich wünsche mir den... So, wo war die Viper? Okay, erstmal hier die Ausschau, ne? Jaja. Da ist er. Beide. Ja. Weil hier ist der Böse davon. Also der Kampf-Heli. Wir wollen nur einen von denen. Ja, der, der diese TV-Rakete gerade abgeschossen hat. Oh! Nicht ganz ausgewichen, aber weit ausgewichen. Okay. Ich hab schon wieder Dora verloren. Oh fuck, wir brennen. Shit, 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 shit. Das ist ja schlecht heute. Kevin, das nächste Mal, wenn die TV-Rakete auf dich zukommt. Hart, also möglichst unfassbar krass abdrehen einfach. Ich bin sofort auf Sturz, auf Runterflug gegangen. Härter. Er hat uns ja dann nur noch irgendwie knapp am Rotor erwischt. Muss härter werden. Okay, härter. Du willst das hart. Schon verstanden. Hubschrauben wir uns mal? Ja, das gemerkt. Ich komm bei euch mit der Igler. Was ist denn der Bastard? Da ist er. Zwischen dem... Er hat gezündet. Aussteigen. Ach shit, so weit darf man nicht da lang laufen. Ärgerlich. Aber... Normaler Panzer. Bist du weg, Sally? Ja. Er ist Richtung A. Irgendwo ein Sniper. Oh shit, jetzt ist er pisst. Okay, er hat gezündet. Er hat gezündet. Er könnte abgeschossen werden. Gerade. Ich hab versucht einfach mal... Mit dem MG. Der hat nur noch 5 Gesundheit, der Typ, ne? Ja. Ja, aber die ganze Zeit schon. Ja. Gut, vielleicht ist die Igler doch nichts besser. Ich nehm doch mal wieder die Stinger her. Lass mal mit dem Haidtun hier... Lass mal hoch aufs Dach fliegen. Von da aus kann man halt gut überall abspringen. Okay, ich sitze in der rechten Minigun. Falls wir den Heli sehen. Warte. Apropos vom Hotel ausschließen sie. Ja. Ja. Diese Minigun sind so ungenau. Oh, sind gleich zwei Leute drin. Punkt dahin, ey. Oh, das war zuschwungvoll. Oh, Arma Xenny. Das war toll, ich bin runtergefallen. Du dachtest, Bär würde das landen. Ja, ja, ich dachte ja. Oh. Oh. Mein Fehler. Oh shit, der böse Helikon. Kommt. Ich habe aufgeschalten. Kann es sein, dass das Haus gerade einstürzt? Ja. Haus stürzt gerade ein. Ach man ey, welche Trottel sprengen denn das Haus? Hast du das, ne? Ich wollte gerade sagen, das fühlte sich so wackelig an auf einmal. Ja. Ah, der Heli. Heli ist da. Wollen wir doch mal kicken. Wir haben eh verloren, Alter. Das ist so traurig. Oh fuck. Bei D ist das gelandet. Oh, M82 schießt nicht. Ach ja. Gut. Von E. Genau. Ich gehe auf E. Was? Ich habe lange nicht mehr dieses Spiel gespielt mit Eli. Das muss nicht aussehen wieder. Da ist ein Boot. Boot? Da hältst du den im Schach, ja? Wo? Und da ist ein Panzer unter uns. Ja, ich gucke unter uns. Bleib mal stehen. Bleib mal ruhig in der Luft. Ich schaue mal Richtung W. Okay, jetzt Richtung D rüber. Mal. 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 Was muss ich denn dein Chat lesen? Mal. Ich versuch dir ein wenig ruhiges Ding zu gönnen, aber dann ist dieses Haus auf einmal da und man versucht zurückzueiern. Das Boot fährt. Das Boot fährt. Es ist alles voller Rauch bei mir. Leicht links bindig. Ach stimmt, jetzt hat er dieses Super-MG. Shit, ich hab's vergessen. Und er hat Aktivschutz. Das ist nicht gut. Ich seh dieses Boot nicht, ich bin blind. Da ist es. Ich weiß nicht, ob ich das Gamepad mal anschließe und mal lerne, mit Gamepad-Heli zu fliegen, ob das besser wäre. Aber was wir Bauern nicht kennen nach all den Jahren, ne? Stupid pilot in our team, Kevin. Ja, das staub ich erstell. Alter. Wer weiß, vielleicht ist das ja was Geheimnis. Ah, warum ist es mir so schlecht gerade? Wir haben nichts. Ja, im Prinzip müssen wir überall mal Beacons verteilen. Das ist das, was die machen. Die stampen hier irgendwo von einem Dach runter. Klauen uns noch unsere Fahrzeuge. Ok, ich versuch mich jetzt mal mit Gamepad-Heli fliegen. Noch nie gemacht. Wird gut. Was immer gut ist, auf so einer engen Häuser-Map zu lernen. Kevin, ist es bei dir hinten drauf? Ne, es ist Marvin. Hinten drauf vor allem. Wie einfach nur hängen geblieben seid auf der Map. Ich dachte, man kann da hochfahren. Was hatet ihr da gerade im Chat rum, was? Go see someone to give you glasses, lo stupid pilot in our team. Ups. Das war wahrscheinlich an mich. Ach ne, warte mal, das war Bär, der den Heli abgesetzt hat natürlich. Das war bestimmt nicht ich. So, welcher Stick lässt mich nach oben fliegen? Der Stick. Und der neigt mich. Oh Gott, im Himmel. Ah, ah! Da steht ein Panzer neben unserem Spawn? Das ist billig. Was? Hä? Kevin, was war da los? Irgendwas hat sofort auf den Heli geschossen, als ich gespawnt bin. Mit welcher Taste konnte man sich eigentlich umgucken in dem Ding? Äh, der bringt gerade C4 an dir an, ne? Oh. Ich merk's. Bist du in einer unserer Base? Ja, sag ich doch die ganze Zeit! Wo denn? Auf jeden Fall nah genug, um mir weh zu tun. Ich komm jetzt mal als Aufklärer. Und äh, Kevin setzt du mich mal Winden irgendwie bei A, B ab? Irgendwo auf dem Haus? Äh, bedenken Sie, ich flieg gerade das erste Mal mit, äh, zwei Sticks in der Hand. Wir sind uns nur ein Steuerknüppel gewohnt. Höhöhöhöhöhö. Höhöhöhöhöhö. Höhöhöhö. Ich komm zu üben, während ich von hinten vom Weiber gejagt werde. Okay. Ich glaube, sie haben die Lufthoheit. Oh, ich glaub ich bin ins Wasser gefallen mit meinem Panzer. Ja, was machen wir da, Bär? Von dir aus? Äh, okay. Also, ich bräuchte mal jemand, der Muni mitbringt. Muni, so sei es. Dann nehm ich die Carbine, ähm, G. L86, A2, immer. Zack. Ich kann nicht bei dir spawnen, weil du grad irgendwo drunter gehörst. Ohne Scheiß. Hier, bitte sehr. Kann man hier seinen Jukev aufstellen? Wieso darf man das nirgends aufstellen? Das ist so dumm. Ich versuche Alpha einzunehmen. Dann mit dem Boot rund um C. Feuer heiß. Man darf dieses Jukev nirgendwo aufstellen. Wir kommen zurecht. Aber... Verstehe es nicht. Wir haben keine Flagge? Wir haben es jetzt keine Flagge gefühlt. Ich will mir jetzt Bravo. Ich hab Alpha. Panzer bei E. Alter, warum fährt der so schnell zurück, dass er mal ne Rakete ausweist? Ich besen quasi alle unsere Fahrzeuge oder so. Krass, dass der Server langsam voll wird. Am Anfang war der eine Dude drauf und wir sind wiederkommen, wir versauen ein bisschen was. Und jetzt so Gruppenzwang? Versaut er es uns. Ne, jetzt so Gruppenzwang und plötzlich sind mehr Leute da. Bravo hab ich. Okay, ich geh weiter zu C. Wir verlieren A, ich gebe A raus. Achso. Jetzt hab ich eingenommen. Das ist meine Schuldigkeit, da hast du getan. Da wo der Beacon steht, bitte von dem Dach, wenn es geht, nicht schießen, ne? Sonst... Da haben wir zumindest schon mal halbwegs zügigen Zugang zu A, B. Ja. Verteidige es mal auf mit deinem Leben. So, immerhin blieben wir jetzt keine Tickets mehr. Das war schon mal ein Anfang. Bin unterwegs zu A. Panzer steht hinter A Richtung der Base. Boah chill ich hier einfach. Und verteidige das. Plötzlich ausgeschaltet, aber der Typ kommt hochgelaufen. Ich weiß er. Ah, Kulo Tofi. Steht in meiner Leiche. Hast du ihn? Ne. Hallihallo Alephi. Ich finde es sehr wichtig, dass wir diesen Namen immer aussprechen, wenn er uns tötet. Der Heli fliegt über DE. Äh, LPC bei A. Shit. Oh, Freunde. Heli über A. Heli über A. Das heißt, wir können DE einnehmen. Safe. Haben wir das nicht, Leute? Oh, Brocken. Äh, Sniper. Von wo? Na gut, schwierig zu sagen. Wahrscheinlich auf die Range. Aber was soll's. Panzer bei B. Schauen wir mal, ob der Panzer alleine ist oder? Am Weg zu B. NPC noch bei B. Oh Gott. Alter, ist dieser Typ mies. Ist er hier unten reingefallen oder was? Oh, shit. I can't trust you anymore. I have to find her. Ah, ich hab keine Emotionen mehr. Verzeih getroffen. 23, wie soll denn dieses Ding jemand in den Arsch gehen, ey? Okay. Einer muss noch hin... Einer hier unten, oder was? Wir müssten zwischendurch zu zweit gewesen sein, oder? Du bist rausgelaufen und der Panzer war noch drin. Naja, ich bin raus. Okay, Sally steht oben. Also das heißt... Ne, ich hab ihn gerade den Panzer geklaut. Ich wollte schon sagen, den Panzer wieder eben noch schossen. Grün. Ich hab ein Ammo. Wer braucht Ammo? Wer will Ammo? Geh zurück zur A, oder was? Der Rundarmee verloren. Oh, Sally, du bist halb tot. Aber ich kann ja auch leider nicht apparieren. Ich kann die nun... Wir müssen mal hier, wenn du, äh, als Ammo-Zoneer kommst, wieder mal, äh, Minen mit. Ich will nur dieses Yucas mal setzen. Ja, aber Minen sind sehr zu schnell. Um einige von A rüber. So. Na dann, lasst uns Bienen das Leben. Au, ja, auch von der rechten Seite A. Da hab ich nicht gerechnet. Da hab ich nicht gerechnet. Thomas, trifft dich hier gerade? Panzer steht A, Tiefgarage. Okay, 10 Tickets. Können knapp werden. Ah ja, ich sehe, was mich da trifft. Oh nein, die Musik. Sie spielt. Our team is really funny. Ha. Alter, Marv, 10.000 Punkte, hast du getan? Weiß ich auch nicht. Gleich scheiße, wie immer. Da ist einer ein bisschen salty. Auf jeden Fall viele Punkte. Wir vergessen die Boosts anzumachen, verdammte Hacke.